Musik 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 ja schönen guten tag zu einer neuen folge von we want beer neue staffel und wie auch schon in den livestreams wir zuletzt gemacht haben machen wir es jetzt am tresen sonst waren wir immer an tischen oder auch mal draußen und ist wieder hier bei mir logischerweise hallo bis euch ja also richtig hat das immer noch nicht gelernt wir erwarten auf die nächste staffel ist auch wieder da ist auch wieder da genau und so ein bisschen wir haben jetzt kein großes konzept ausgearbeitet aber vielleicht machen wir jetzt ein paar folgen wo wir uns auch auf eine brauerei konzentrieren das ist zumindest heute schon mal der fall denn wir haben hier die drei neuen biere von bräugier aus berlin die sind ja ein alter bekannter wir hatten in einer unserer ersten folgen schon ein paar bräugier biere drin weil ja die sind ja auch die zugekommen und du arbeitest ja auch mit dem zusammen ja also ich arbeite gerne mit denen das sind johannes ist ein super junge und den wohnen kennst du ja glaubt und wenn ich den brenn brenn kennst du ja da kannst du ja vielleicht was sagen den pop-up und also hauptsächlich johannes johannes hatten dafür gesorgt dass hier zehn zapfhähne habe und allgemein kommen die new england ip ist aber sehr gut dann bei uns bei unserem kunden also klar ich bin ein fan von morgen ja ich auch auch wenn ich mit dem man schon die eine oder andere diskussion hatte um eine bewertung von dem bier aber da ist hopfen und malz verloren in der diskussion sag ich mal ich war auch wie du gesagt hast in berlin schon im brewpub im prenzlauer berg da brauen die auch dahinten ist die brauerei vorne ist dann halt der taproom sehr schön bei gutem wetter kann man auch schön draußen sitzen er ist auf jeden fall eine empfehlung wert und dann natürlich schön fritsch gezapftes bräugier wir haben hier die flaschen aber wie du ja auch schon gesagt hatte zehn hähne da ist auch oft dass mal das eine oder andere brau hier vom fass dran bräugier nicht brau gehen ja und und wir haben noch einen zusatz wie heute von die von jürgs genau heute ausnahmsweise halt drei plus eins plus noch was ist noch was und zwar muss ich an christian priest das ist ein treuer zuschauer auch mittlerweile ein guter freund mit dem werden wir auch dem jetzt hier whisky und bier tastings machen also man was ganz anderes und weil jedes mal fragt was mit whisky wassen mit whisky christian das ist meine letzte flasche die hatte ich von ihm geschenkt bekommen eine super whisky den habe ich jetzt hier solidarisch kollegial verteilt und wie es so ist whisky kills virus okay also achim ist ein fan glaube ich nein ja also ist das ist halt nicht meins und ich sag darauf dass es dann auch perlen vor die säue bei mir weiß nicht schätzen kann aber mein gott okay die gläser sind auch nicht optimal aber wir haben gesagt wir erfüllen jetzt den wunsch von christian und nehmen seinen whisky ich bin ja ein fan von seinem whisky und lange rede kurzer hin du hast auch weg genau tim trinkt heute auch mit post groß lecker torfig ist auf jeden fall sanft also ist jetzt nicht scharf ja also ich sehr viel also eigentlich wäre das was für dich du magst ja so auch die rauch tor aroma aber dann kann ich zumindest trinken also wie gesagt und der ist halt nicht jetzt kommt eine kleine nachschärfe ja es hat aber nicht meins ehrlich gesagt aber die sachen also einer war okay aber ich kann kann es glaube ich nicht schätzen okay aber vielleicht bringt der christian mir erstmal bei nicht dass wir demnächst statt bier auch mal whisky ja ich habe ja auch schon gintesting gemacht aber auch ein faible dafür entwickelt von daher das zum start und da will ich eigentlich liebend gerne direkt mit dem bier weitermachen genau was haben wir eigentlich hier also wir haben die kraft kraschen hey sie pl heute im angebot das ist bewusst ein p mit wenig alkohol ziel ist es halt dass man eigentlich eine flasche mehr konsumieren kann ich mal gespannt wie der geschmack ist noch nicht probiert dann haben wir ein paar rest of pie ganz interessant wie das ja drei oder wie bisher der 3,4 10 und wenn man das umgedreht 14 oder 14 der dritte ist ja der lockdown wo wir alle untergefahren haben und ich dachte 14,3 prozent das wäre cool und das letzte der grenzstein 309 b da gibt es bestimmt auch eine geschichte zu ja klar das ist der westlichste grenzstein der bundesrepublik deutschland deswegen ist dann am west coast ipe wegen west genau stimmt und und das ist irgendwo eine holländische oder niederländische deutsche grenze gut und dann haben wir noch das dix das die sind aus köln glaubt die sind aus köln da gibt es auch genau da gibt es auch eine die haben auch eine gasche düxer botschaft oder so ich weiß nicht bin mir nicht so sicher aber das hat auch der johannes mitgebracht weil er ursprünglich wohnt er in köln und nach whisky also beginn wir jetzt mit dem hotel und dann jetzt gehen wir auf die bräuge sondern jetzt dunkel am ok wir fangen mal wirklich mal wie überspringen mal wir fangen mal jetzt mal ganz anders an das waren die durchgeschüttelt aber wir haben ja hier war so durchgeschüttelt ist halt ein schritte einmal mit profis aber wir haben schöne matte hier am tresen ist schon mal der vorteil ja oder ist das die nervösität achim vielleicht ist das herr whisky ich glaube nicht so aber ich meine im endeffekt wir sehen schon wird er ist logischerweise ein bisschen rot das verwundert jetzt nicht und die dose wieder besser was im bier passieren kann das fast des kleinen mannes da gibt es ganz interessant darf ich ja also da gibt es sogar ein anstecher oder mikrofaser fast anschließen kann sie irgendwie guck mal hier auch ganz ja warum haben wir das nun so war das denn hier ja da müssen wir dosen stechen machen das mache ich glaube ich nicht ich weiß nicht ob sie das auch vielleicht so ein passendes gefäß hat nichts gewusst wenn das eine dose haben der steffen hat mir geschenkt den dosen aufmacher zu meinem geburtstag ok kickstarter projekt wo man eine dose oben aufmacht das praktischen dosen öffner hoch und dann kannst du den deckel ab machen dann kannst du wie auch ein glas trinken ok und den weg und die dose hinterher mein wenig für stifte oder sowas weiter verwenden eigentlich ganz nice hat man ein paar kinderkrankheiten also manchmal wird auch eine sauerei okay wenn das wenn das bier hoch sprudelt aber auf jeden fall eine schöne sache bringen jetzt mal mit wenn wir eine dose haben dann können wir uns das auch angucken ist die ränder glaube ich nicht mehr scharf ich hoffe nicht die sind total unscharf ok ok nicht dass die kinderkrankheiten dadurch sind die hier ist total und das ist schon ganz gut von der technik ok ok das wird so rausgepresst nicht rausgeschnitten ok weil der deckel ist ja auch reingepresst und bricht mit zeige ich dir und zeige ich auch den zuschauern dann gerne mal ja ich bin mal interessant jetzt aber kommen wir zum rette wie die farbe schon sagt rot rot schaumbildung interessant war ja schon in der dose stark ja übrigens was hast du mein bad finde ich sehr gut und wie finde die anderen das die finden das auch sehr gut genau wie sie meinen bart mal so gut findet also deswegen kann ich das nachvollziehen also achim ist schuld dran achim hat ja so einen ganz interessanten wiedererkennungswert sein bad ich finde den übrigens ganz cool obwohl anders kann ich mir nicht mehr vorstellen dass wir aber so kennengelernt genau ich kann mir das nicht anders vorstellen deshalb ich kenne ja mal bilder auf facebook wo du anders aussiehst zwei jahre hat er dafür gebraucht nein eigentlich nicht relativ schnell es waren halt acht monate glaube ich auf die länge naja und seien seit jetzt habe ich ihn seit zwei jahren mehr oder weniger oder seit knapp zwei jahren aber halt in der konstant auf der länge weil der wächst einfach auch nicht mehr okay du kannst du dir sie wachsen lassen damit er irgendwie länger irgendwo stoppt das wahrscheinlich ausgehen wie sie fliegen dann eigentlich vergleichbar und jetzt also wenn ich jetzt vergleich jetzt ich muss mich eigentlich öfters rasieren ich habe ja nur hier hier und wie ist vergleichbar bei dir also ich meine das ist schon man unterschätzt halt also wenn er nichts macht dann wird er halt sofort wuschelig also mittlerweile was ich den jeden zweiten tag wirklich mit mit bad shampoo okay da können wir noch mal ein plug machen mit dem bad shampoo form von bastian aus münchen okay bastian soll die bayern soll entschuldigung sebastian bayern ist ein name und bayern soll heißt das bei der bayern ist schon alle bayern mit e geschrieben packe auch in die schon unten rein auf jeden fall halt ein guter kollege aus alten forstquare zeiten hat man vertrieb in ford für fast werden deutschland gemacht und hat sich irgendwann mit bad pflegeprodukten also ich hatte ein bad wachsen lassen selbstständig gemacht genau da war das zufall jetzt der war schon vorher am start und da habe ich halt wie gesagt also mit dem seinem shampoo was ich dem wirklich und dann habe ich mittlerweile glätteisen um den halt zu glätten weil sonst wird er halt halt so ein bisschen kräuselig und dann nicht mehr so schön und dann musst du den wirklich glätten und rein theoretisch müsstest du das glaube ich sogar jeden tag wenn ich gar jeden zweiten tag machen und das ist mir auch schon ein bisschen viel aufwand du glättest dein bad ja es gibt auch extra bad glätteisen warum ist mir das nicht eingefallen als wirtschaftler normal glücke du also also wo sein an sich viele denken hat ist easy du kannst du spaß jetzt rasieren hast halt einen anderen truss ich finde das bier eigentlich ganz lecker auf jeden fall das ist und zwar um aber ja hier zur sache zu kommen also jetzt wir haben es wirklich gut hinbekommen hinbekommen whisky torfig und jetzt so dunkel und ja ich feiere ja schon die dose alleine wegen dem anstechpunkt das finde ich schon eine geile idee wo ich mich frage warum die andere schon auf die idee gekommen und wenn sie auch noch irgendwie so ein anstechteil dafür noch als merchandise verkaufen ist so witzig haben die glaube ich auch muss so kommen ich bin mir nicht sicher da steht auch drauf genau ziehen und mikrofass anstechen schon witzig geschrieben also gucke ich mir auch gerne mal in köln an dass wir uns ja beweist dass das ein kleines fassen wir sind ja immer skeptisch und sagen eine dose ob das richtig ist oder falsch aber hier ist es eigentlich sieht man schon schmeckt irgendwas besonders raus also ich finde super ehrlich gesagt schon ich schmecke aber also ich möchte jetzt nichts besonderes raus was jetzt so wie gesagt nicht schlecht ist vielleicht echt gut super finde ich kannst es runter trinken also man kann das super runter trinken also karamellmalz höchstwahrscheinlich drei verschiedene malze laut etikett deutscher aromahupfen kalister und hüllmellern übrigens die hatten auch ein kölsch fruchtiges geschmackserlebnis hast du noch nicht das kölsch ne da war ich mir unsicher ob ich das kölsch besorgen sollte weil wir sind mitten im rohgebiet kölsch 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 in düsseldorf mittlerweile okay das findet ja immer lieber aber also ich weiß was ich gebe also du weißt also ich gebe 3,75 ich gebe 39 perfekt super so knipsen wir jetzt mal runter damit vergleichen man die drei bräuge hier präsentieren können und check es mal ein so ich kann schon mal sagen ein freund hat getrunken 35 gegeben und die community 341 gegeben also liegen wir schon ne 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 warte 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 ja das falsch genommen barcode hat mich aufs kölsch verwiesen okay also müssen wir das manuell suchen da ist das wetter okay hat noch keinen freund getrunken und die community 178 check ins hat 3,3 gegeben also auch da liegen wir weitaus drüber ich würde sagen ist nur unterschätzte brauerei nach dem ersten wir haben dann also nach den bewertungen okay so jetzt checken wir es ein du kannst ja schon mal vielleicht in der zwischenzeit hast du auch schon ausgetrunken ich habe schon mal 1 1 der bräugees öffnen mit welchem beginnen wir denn west coast habe mir gedacht ich bin gespannt generell auch die ganzen etiketten haben einen relativ neuen stil also wenn ihr mir west coast wir schon richtig angenommen hast dann bin ich gespannt wie es dir und mir schmecken wird west coast ip ist ein bisschen speziell ich glaube aber ja der acht steht auf west coast ja und generell die die labels haben die alte relativ komplett neu gestaltet was ist relativ komplett neu gestaltet ganz anderer stil als die alten bräuge biere und gerade die erste rutsche diese damals hatten die wir noch in einer von unseren ersten folgen wie gesagt mal hatten die hatten ja alle so einen ähnlichen stil von logo dann haben sie noch mal wieder gewechselt zu einem anderen stil und jetzt schon wieder was anderes und ich muss sagen bei war das erste weizen die was so etwas positiv bewertet als sonst ja und dann dann regt er sich noch auf der wand ist unglaublich und was habe ich jetzt mal gemacht in der folge noch und hinterher noch mal extra gelobt für die geile große die sie hatten ja aber dann hast du ihnen etwas wieder negativ so gucken wir hier wenn du das ich muss mal alles gute west coast ip so also wie wir schon gerade gesagt haben west coast ip grenstein 109 5 das ist ja bewusst 309 die 309 b nicht 5 ok 309 b bw bertha ist das westlichste grenstein deutschlands und wenn zu den zu niederlande oder holland hat sieben prozent sieben prozent riecht ein bisschen süßlich finde ich sehr blumig das ist wahrscheinlich für mich süßlich wir wissen ja meine nase ist nicht die stärkste also ich finde das interessant ich würde sagen klost prima post finde ich gut hat auch eine gute kühlung übrigens sehr relativ sanft also es nicht also nicht sehr prägnant was ich jetzt nicht schlecht finde ok ganz halt auch super weg trinken ja also also ich bin kein ipa fan aber fair enough schlecht ist das nicht ich kann nicht nur drei sein weil ich meine lieblings frau rei aber ich muss sagen trotzdem versuche ich das wirklich fair zu bewerten ich würde mir jetzt auch auch nur 39 geben genau wie vorhin im redale das ist für mich nach meiner bewertungsskala da nehme ich noch gerne zweites ja das finde ich jetzt kann man wirklich schon weg trinken draußen wenn man wenn man auch jetzt sag ich mal nicht im vollsommer aber halt übergang zum sommer draußen wenn es warm wird sitzt stunden schönes tolles bier hast du überhaupt dieses jahr gedanken gemacht wie ihr was du diesen sommer machst eigentlich du kannst auch nicht mehr frei sind das wissen wir alles noch nicht ich bin ja immer noch auf der positiven seite wie ich generell bin jetzt warten wir erstmal die nächsten tage zwei wochen ab dann gucken wir weiter ich habe auch noch nicht storniert mein flug nach estland eigentlich werden es land zwei konferenzen werden da gewesen die sind schon logischerweise abgesagt wie die meisten ich habe den flug und dass er mir aber aufrechterhalten und man kann es ja immer noch stornieren weil ich erst mal positiv an die sache rangehen wenn sich noch was ändert situation im griff ist die wird ich hundertprozentig safe sein ist mir auch klar da muss man abwägen und dann überlegt mir das ich gebe mir 39 habe ich ja gerade schon gesagt 375 auch die gerade ja das ist noch nicht drin oder auf dem jeden fall der barcode den findet da noch nicht aber unter grenz stein wird ja wahrscheinlich nicht so viel sein nein so da haben wir es ein freund hat schon ein gescheckt wie viel insgesamt der andy insgesamt 30 check ins der andy hat dem in der vier gegeben die community 393 dann die ich da glaube ich relativ gut im schnitt kann man ist dann noch mal meckern möchte kann er gleich hier alle 30 Leute anmeckern bitteschön und wie ist der bau eigentlich der freund oder der kollege von der ist entspannter als er ist amerikaner er ist amerikaner hatte auch richtig so einen dialekt oder so akzent wo man ja ich glaube ich habe auch zum größten tag mit dem englisch gesprochen einfach weil sich das erleben hat und die man in berlin hast du ja häufig das halt auch mit dem barkeeper in bars halt englisch sprichst weil die oft auch kein deutsch können was was ja auch total irre ist aber arbeiten leute die sprechen kein deutsch international berlin ist ja eben weil weil die halt komplett damit klar kommen da dass die in englisch mit den kunden umgehen und mich stört das nicht ich freue mich immer wenn ich englisch sprechen kann 39 gebe ich so unglaublich dass sie in berlin wirklich in englisch sprechen und nicht deutsch das ist gut da kam halt auch viele rein am tresen die ja noch mal gefragt haben nach bieren und dann halt oft auch englisch gefragt haben also und ich mein prenslauer berg ist jetzt nicht berlin mitte also wo jetzt die knallharten touristen sind da musst du auch schon hin wollen ja aber ja warte mal prenslauer berg ist schon so eine mutige gegend da ist es kein negativer das habe ich jetzt auch nicht gesagt aber es ist halt eine mutti kinderwagen gegend nicht böse gemeint ja ja um gottes aber halt da gibt es nicht als turist also als turist kannst du wahrscheinlich überall in berlin aber halt als tourist bist du halt in mitte und dann war weiß ich hier tiergarten sehenwürdigkeit ja naja okay ja verstehe ich ja ja das ist gut aber ganz viele leute leben da ja auch durch den job bedingt und kommen von halt kommen aus der ganzen welt und dann ist halt englisch die internationale sprache ja klar ich hatte auch ich hatte mir der till mir das empfohlen der der arbeitet ja die hälfte seiner zeit in berlin und er ist ja also für die zuschauer ich weiß natürlich weiß ich genau till till hobby drucker und hobby brauer mit dem tiller haben wir hier auch so einen sensor integriert weil wir ja nicht das digitale bcafé west machen wollen als digitalste café deutschlands und der macht halt in iot hat auch mit dem video gemacht zu den e-scootern von zirk weil die daten ausgelesen hat auch ein ganz ganz heller kopf ganz spannend was er so macht und wie gesagt er hat seine firma die ist zum teil in berlin und er wohnt hier um die ecke und er pendelt hat zwischen berlin und dortmund und da hat er mir halt ich krieg's nicht mehr auf die reihe wie er stadtteil heißt dann auf jeden fall eine bierbar empfohlen auch eine superbar gewesen aber auch für amerikanische barkeeper und der kam aus ost in aus aus wo ich ja auch öfters schon gewesen bin dann konnte ich mit dem schönen überbrauereien in austin reden also wegen mir werde ich aus dem vermeiden wieso damit ich dieses bayerischen fanclub nicht begegnen muss es gibt ja keine dortmund nach die haben ja gesucht die haben ja keine ahnung also aber dadurch bist du in der letzten folge auf die biere gekommen auf die schlawiner und co war das nicht da in den osten ja 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 das war nicht in osten das war in texas ja ich war in new brownfields und dann hat der christian auch ein fan von uns jetzt nicht mit dem christian jetzt mit dem wissen dass wir das ja verwechseln hat der ja gesagt bei ihm um die ecke ist das alte braun fels also einfach nur braun feld und da gibt es auch eine brauerei und deswegen hat er uns dann die biere geschickt für dich für mich und für den tim und hier hatten wir im livestream dann verkostet genau so jetzt geht es weiter sehr lecker jetzt gehen wir zum naipa ja rest of pie also wir haben das ja auf was heißt wird man mal auf die press zorn der zorn des p also das heißt dass das p ist ja ganz einfach hatten wir schon gerade angesprochen 14 dritte und wenn man das umdreht hat er ist ja 3,4 im englischen wird das ja anders ausgesprochen glaube ich drei im ersten monat dann das der tag und ja ich finde es trifft jetzt genau aufs thema zorn also es zeigt einfach dass wir verrundbar sind also das ist einfach nicht so weitergehen kann immer so wie wir es immer vorstellen und ich finde schon dass wir nach der pandemie irgendwie allgemein du und ich auch allgemein auch tippen bestimmt anders hervorkommen werden also und das bier ist auch ganz besonders jetzt passt auch zum thema wenn wir jetzt hier links wissen ich glaube die hatten bis jetzt kein bier mit haferflocken kann das sein das konnte sehr gut sein haferflocken der jetzt nicht unbedingt so oft ja und das jetzt mit haferflocken ja hat 6,5 prozent übrigens gerade mal nachgeguckt also ich finde das schon interessant ich glaube bräugge hat sich auch verändert auch mit dem logo allein wichtig ist auch dass sie auch hoffentlich durch die krise gut kommen also aus solidarität habe ich auch die kisten gekauft und versuche das jetzt auch an den mann zu bringen und wir trinken das erste mal jetzt ne ich bin gespannt also achim und ich haben ja wirklich immer verschiedene bewertungs also bewertet das wirklich anders und ich hätte jetzt einfach nicht sagen ich bin neugierig dass was achim dazu ich finde dass ich manchmal werden eine neue neuen begriff flach fruchtig haben wir so flach fruchtig also nicht so dass es heraussticht ich finde es nicht so super duper also ich finde das was kurz ip weitaus besser habe ich mich schon und du magst das ja auch wenn das so herbe ist das ist in ordnung dem dem also da sage ich nicht nein wenn du es mir hinstellst ja klar ich würde ja bevor ich nehme würde ich halt ein anderes tippe picken das könnt ihr gleich sagen aber als ein gutes bier 35 35 ok 35 ist bei mir die bewertung für fünf solises bier ich finde das schon etwas besser also ich bin wesentlich besser schwierig also ich würde sagen vier ich bin gespannt was die community sagt man erst mal ein foto vielleicht schmeckt das auch gezapft ganz anders wenn ich die zunächst hier aktivieren kann das ist ja öfters mal so dass gezapft anders anders schmeckt generell wobei gerade über situation gesprochen haben und wie sich alles verändert ich finde es eigentlich ganz schön zurzeit jetzt mal ich finde es blöd dass die gastronomie besonders auch zu hat und dafür noch keine regeln gibt und klar die regeln im einzelhandel zurzeit sind halt auch muss man sich daran gewöhnen und nicht so einfach jetzt einkaufen ist schon eine hürde aber ansonsten sollen im normalen alltag wie sich alles ein bisschen entschleunigt finde ich eigentlich ganz nett also einfach ich bin heute zu fuß zum büro gegangen vom kunden und da ist ja weitaus weniger los um auf den straßen was ich eigentlich mal ganz entspannt finde und auch wenn du mit dem auto mal irgendwo hin fährst du hast nicht diesen üblen verkehr und alles das sind halt die positiven seiten die man der pandemie so abgewinnen kann wenn man es mal so sagen möchte und historisch meinst du wo kommen wir historisch ich meine im endeffekt denke ich wieder die du denkst halt die leute lernen daraus und es ändert sich was und am ende werden wir bei 95 prozent wieder den gleichen sachen landen wie die menschen sind wir mit dem algorithmus haben wir haben halt die ganze überraschung dass leute jetzt auf einmal anfangen auf einmal geht kartenzahlung wo es nicht ging auf einmal gibt es videokonferenzen und das geht auf einmal alles mit den digitalisierung das ist ja deine welt eigentlich ja und ich habe arbeit ohne ende aber so sobald es nicht mehr erzwungen ist glaube ich wirst nur erst mal wieder auf einem normal level vielleicht ein bisschen höhere normal level runter rutschen und dann wird sich das in den ganzen normalen verlauf der menschheit ist das schon wäre sehr hochtrabend zu entwickeln dass sich das normal weiterentwickelt ich glaube nicht dass wir nur diesen sprung dadurch gemacht haben weiß wo ich gemerkt habe dass ich auch wenn ich optisch nicht deutsch bin was ich wundertvoll in deutsch bin letzten stand ich wollte ich einen kaffee holen und dann hat die dame wirklich nach haben sie das nicht per per karte können sie das nicht per karte bezahlt und ich war schockiert die deutsche nehmen ja immer geld ist ja so und die alten deutschen ich gehöre dazu auch die heute auch alle sagen die old school deutschen sagen die alten halt alles hoffe ich mir über 30 also ich meine ich bin auch als dem maßstab ich bin jetzt auch nicht der also was ich gut finde ist ja für mich soll ich meine altersklasse meine freunde mit der zur schule gegangen also was die denken ja auch alle anders okay okay du wirst von den technischen sachen das bisschen fortschritt fortschrittlich oder bist lockerer als ich ich meine ich bin halt gefühlt bin ich halt 10 15 jahre halt jünger also vielleicht die sachen machen die so in der altersklasse normal sind was mich halt auch interessiert was mein job ist ja klar und du ich habe leute halt sind so alt wie ich meine freunde halt aus dem arbeitsumfeld von früher vom job wo ich mir denke wenn ich mit denen rede ich bin wenn ich sage ich bin 15 jahre jünger in meinem denken oder wie ich an sachen rangehe an die digitalisierung die sind zehn jahre älter also noch mal als ihr alter die sind so alt die gehen an sachen ran wie meine mutter die 75 und dann sind wir also sind wir so weit auseinander in der diskussion wo ich dann sage so dann müssen wir jetzt gar nicht reden und es bringt uns nicht weiter werden ihnen gemeinsam finden trinken wir im bier also ich muss sagen in gewissen punkten nicht in vielen punkten hat wirklich achim mich verändert die freundschaft und ich denke jetzt anders ich finde die digitalisierung so oder so als meine abschlussarbeit habe ich ja über die digitalisierung geschrieben aber du hast halt den feinschliff gegeben muss man sagen und das finde ich ja das bier so weit auf besser bewertet als ich es gemacht habe das ist keine überraschung ich habe auch gesagt dass ein gutes bier ist halt nur nicht meint der an die hat auch eine 4 gegeben der hat das auch schon getrunken gehabt und die community eine 3,93 ok und ich habe mich vertippt ich habe nur drei jetzt bin ich mal ganz schein ich habe das falsche bier jetzt ausgewählt aber nein also ich habe ich habe jetzt den falschen check-in gerade ausgewählt noch mal korrigiert korrektur so der andere vier gegeben und die community hat eine 4.23 im schnitt auf 34 check-ins das ist schon echt eine super solide gute bewertung da wird du an das sich freuen also im schnitt eine 4,23 da ist nichts falsch gemacht und da macht meine 3,5 dann eben auch keinen unterschied weil es halt ein schnitt ist ich habe auch gerade schon mal das nächste bier aufgemacht nicht zum vergnügen hier da haben wir das curve crusher bei dem bier ist ja wirklich was ich finde ich was die gut hinbekommen haben die haben den alkoholgehalt nicht so hoch angezogen oder hoch gebraucht wie viel hat das 5,6 prozent das ist schon mal wie so ein normales bier wo du sagen kannst wie pilz oder so ein helles oder etc und wo du sagen kannst halt das schmeckt mir aber ich habe keine bedenken ich kann noch eine fläche trinken davon habe ich gehört jetzt bin ich mal neugierig ob das wirklich mache ich mich muss laufen noch immer noch weiß du dir waren jetzt nicht groß unterschiedlich eingestüttelt runter so hält die pale ale so die schlechte nase riecht jetzt nichts dominantes raus ich rieche auch nichts dominantes trüb also wer tritt ja natürlich also das sieht mehr so wie so ein orangen oder ananas saft ananas achim ich kann nicht da ist auch im geschmack nicht dominantes also ich finde meine meinung ist dass sie dass wir gut hinbekommen haben für die jahreszeit weil die wissen genau wenn die biere brauchen auch wie das aromamäßig halt intensiv sein muss und für die jahreszeit ist das ideal also ich bin also ich finde das auch lecker ich finde das ist ein super sommerbier wenn du mich fragst sehr solide gefühlt ich meine wir haben das letztes aufgemacht deswegen steht es natürlich jetzt hier schon ein bisschen und wir haben halt auch die lichter lichter ich fände wahrscheinlich besser wenn es noch kühler wäre das stimmt also wenn man das wenn man halten glauben diese kühle da noch kriegt als nachgeschmack hier bergmann hat zum beispiel jetzt das kellerpilz ok was ich richtig gut finde und wir hatten das geholt einer stehbehalle und dann war es halt warm mehr oder weniger was nach hause gebracht haben steff und ich das schnell ins eiskühlfach gepackt und raus kurz bevor es gefroren war gefühlt und das war so also das war so perfekt und so kalt und so geil wie also richtig hier china-style weil china trinken sie eigentlich schon eisbier schmeißt man gern mal ein eiswürfel rein das fand ich richtig gut da habe ich wieder gemerkt dass halt auch wirklich die die kühlung auch total viel ausmachen kann ja klar also bei dunklen biere kenne ich mich ja so ein bisschen aus ich weiß bei dunklen biere umso wärmer die werden ich glaube sogar in england oder teilweise eben du bist ja auf der welt unterwegs werden auch die dunklen biere halt bei 11 grad gezapft oder irgendwie so in der richtung ja also eher warm als kalt genau eher warm als kalt aber ich finde kann darüber reden dass die philosophie für sich ob man das bier bei 4 grad trinken und dann leicht erwärmen wird auf elf grad weil man kann durch diese erwärmung halt kriegt man immer einen ganz anderen geschmack immer einen ganz neuen geschmack nur bei denen fühlt das natürlich nicht funktioniert jetzt bin ich mal gespannt nach ihm also ich habe mich im westkos ip was halt eindeutig kann ich jetzt schon sagen mein favorit ist 39 gegeben habe um den 35 dann haben wir auf jeden fall dazwischen ich glaube halt dass es noch mal eine runde geiler ist wenn es kalt ist der möchte 38 geben ja okay also ich glaube da das ja süffig ist am ende und auch sehr lecker ist und auch in der community bestimmt anders bewertet wird ich bin bei vier wieder bei vier jetzt bin ich mal gespannt also einer hat eingeschickt der andy jetzt wahrscheinlich die wohl drei drei genau 3,75 ja wie sagt man 38 die community 4,18 4,18 also hätte ich jetzt im westkos ipn 4 gegeben hätte ich ihm auch eine 39 gegeben also ich finde das ein bisschen darunter wie die check ins 39 und es hat relativ neues bier da passiert natürlich nicht so viel sofort habe ich gemacht 38 habe ich gesagt bier kaffee selbst eingeschickt ja wie gesagt relativ einfach also ich habe ja gerade schon mein favorit jetzt benannt also mein favorit ist steht eigentlich auch schon perfekt hier für mich westkos ip das hazy pale ale und dann das sniper und genau wenn ich ihn jetzt noch dazwischen stellen müsste würde ich es halt so machen für den heutigen abend also bei mir ist das halt anders whisky war halt nur wegen christian aber sonst sind wir auf bier und ich würde das hat wirklich ganz anders bewerten ich bin kein herber typ ich liebe die süße ich bin ein süßer typ oder achim du bist du bist du bist mir nicht mehr süßen also glücks gefällt mir dann hier das pelé und dann hier haferfloppen also ich bin mehr also wenn wir jetzt von start gehen würden ja jetzt wärst du wärst du nein ganz anders so 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 und so und das ist sein bestes lässt man also zu dir rüber genau wie gerade andersrum hier waren ja dann ist der im endeffekt hat die reihenfolge fast gleich wie gerade nur zu in einer richtung außer dass wir die beiden biere tauscht haben genau also bei mir ist ja ich bin halt der süße typ genau und ich bin der 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 hopfige und der sauren typ ja und damit möchte ich noch mal erwähnen dass das sauerbier was auch gar nicht so sauer ist und total überraschend ist vom bräugier so gut war dass ich das wenn es das überhaupt noch gibt geben ans herz legen kann deren sauerbier mag oder auch mal sauerbier kennenlernen möchte weil es eben nicht so extrem sauer ist ein bombenbier gewesen und ansonsten nehme ich gleich noch gerne in vesco's ipe und fertig also das stimmt also bei go bei dem große muss ich auch wirklich sagen der war man ganz anders also das ist ich habe noch nie also ich bin kein großer fan du weißt du also sauer ist aber er war man wirklich mal und dann war auch warme jahreszeit und bin mal gespannt ja gut da haben wir es hier drei neue bräugier biere und ich hoffe euch hat spaß gemacht und ich hoffe ihr findet auch gut wenn wir uns jetzt vielleicht auch mal so in den folgen mit einer brauerei beschäftigen und nicht in drei komplett verschiedene brauereien neben drei verschiedene biere sondern eine brauerei in fokus stellen und wenn ihr eine brauerei habt und eine brauerei seid könnt ihr uns auch gerne anschreiben kontakttaten sind halt unten in der beschreibung ansonsten wie man bier.de findet da auch genug informationen und dann nehmen wir auch gerne mal eine brauerei rein wenn sie möchte und wir gucken immer noch wenn man auf dem plan auch mal bei fiege vorbeizuschauen ja das stimmt aber wird ja jetzt schwer durch corona ja jetzt aber es gewinnt eine zeit nach corona gebe ich bin ja sehr positiv und das war auch bei fiege und einfach mal in der sonderfolge auch mal dort durch die biere trinken die haben eben auch mehr als nur das pilz oh ja und ja ansonsten danke ich euch fürs zuschauen ich wünsche euch einen schönen abend hoffe ihr habt auch ein bier dabei getrunken wenn euch das ganz angeguckt habt daumen nach oben ansonsten abonniert uns gerne oder mich hier dann habt ihr halt immer alle infos geht auf die webseite wir sind auf instagram und auf instagram planen übrigens den unserem kanal ein bisschen umzubauen wie eine wie so ein kleiner bier guide ich habe mich jetzt angefangen als ich in ostin war fotos zu machen von brauereien und bier bars also so von außen von innen oder zwei drei fotos nicht vier und die als carousel post auf den wir und bier instagram kanal zu stellen darunter eine kleine info und vielleicht auch noch mein lieblingsbier was ich da getrunken habe und dann hat man in dem instagram kanal eigentlich so einen digitalen bier guide von der ganzen welt finde ich eine ganz witzige idee gucken wir uns dann gefüllt kriegen also nicht nur dass ich den befüllen du auch wenn du irgendwo bist ja drei fotos machen manchmal schon filter damit ganz hübsch aussieht kurze kurzes statement ein zwei sätze bierchen drunter lieblingsbier drunter und dann haben wir was rundes perfekt also ich freue mich schon ich freue mich gerne auf euch wie gesagt liken daumen hoch glocke abonnieren die nicht locker mit dem glocke klang andrücken also ich gelern das auch nicht lassen wir mal lieber noch ein bier trinken also post und hat einen schönen abend schönen abend noch nachdem